So, moin zusammen. Wir sind am nördlichsten Punkt der Rallye angekommen. Und nicht nur der Rallye, sondern am nördlichsten Punkt Europas. Wir sind am Nordkamp. So. Bisschen Windig. Bisschen Windig. Aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt 0 Uhr genau. Wir müssen noch eine Stunde warten, dann dürfen wir mit dem Auto hier drauf fahren. Ich zeige euch das mal. Noch rennen hier super viele Spezialanlagen. Aber um 1 Uhr schließt die Anlage und dann dürfen wir mit dem Auto hier rum fahren. Und unser Auto vor diesem Globus fotografieren. So, was ist heute passiert? Heute ist nicht so viel passiert. Wir sind so 600 Kilometer gefahren. Wir sind heute Morgen im Strömung und Regen aufgewacht. Wir haben unser Felt zusammengebaut. Was haben wir noch gemacht? Dann sind wir gefahren und zwischendurch waren. Dann haben wir den kleinen Zwischenstoppern gelegt. Wir haben heute schon wieder gemacht bei den Rentierhirten. Wir sind jetzt in Nord-Norwegen. Hier ist die Sami-Kultur. Und bei diesen Rentierhirten, da haben wir richtig gut geshoppt. So, und danach zeigt das noch was. Ja, wir haben jetzt 2 Rentierfälle. 2 große Rentierfälle. Und natürlich haben wir die Schöne. Oh yes. So. Und ich habe mir natürlich auch was gekauft. Weil das Rentierfälle ist natürlich für Fran Camille zu Hause. Ich mache ein Bild von dir. Oh, danke. Ja, wir haben auch ein Bild. Ja, danke, dass du unser Video zerstört hast. Kein Problem. So. Das war der super Spezialagent. Der will auch mit unseren Bildern Geld verdienen. Aber wir haben ja selber eine Kamera. So. Ich habe mir bei den Rentierhirten original ein Rentierhüttenmesser gekauft. Aus Rentierhir. Und es ist so scharf, dass man nutzt die Fischer hier auch. Damit kann man sich den Arm rasieren. Vielleicht auch auf das Gesicht. Ich weiß es nicht. Das probiere ich morgen mal aus. Und ja, der Weg hier war relativ anstrengend. Weil es nur langsam vorrangig. Wir haben uns teilweise nur 60. Wir haben uns unter anderem viele Gruppen. Wir haben uns unter anderem viele Fischer gesehen. Wir haben uns von unterwegs schon ein Rost hergebracht. Für alle Hotelswünsche. Ja, hier ist wirklich die Hölle los. Ja, das letzte. Also nicht das letzte. Es ist eigentlich ganz schön da. Ganz gemütlich. Ähm. Na, der Adler. Der Adler, der neben uns herflog. Ja. Ja, erzähl doch mal. Ja, der will neben uns her. Was hast du da noch erzählt? Ja, ein Seeadler, aber ein richtig großer, flog halt 5 Kilometer an der Straße lang. Immer neben uns her. Das war echt super. Wir konnten es leider nicht filmen, weil das wäre zu klein geworden. Und ja, wir haben uns dann noch ein bisschen die Zeit vertrieben. Weil wir sind natürlich an der Waren. Was isst man da? Natürlich Königskrabben. Hummer, das sind einfach so... Ja, weiß ich nicht. Hummer ist nichts dagegen. Wir waren nämlich im King Crab House und haben uns noch zwei schöne Teller Königskrabben gegönnt. Das war einfach der Wahnsinn. So, ihr merkt schon, wir sind ganz euphorisch. Bevor das Video zu lang und zu langweilig wird, hören wir jetzt auf und melden uns morgen wieder. Wir haben nämlich da noch eine kleine Überraschung. Wir machen nämlich morgen noch einen Zwischenstopp und hoffen, dass uns die Überraschung gelingt. So, und jetzt machen wir uns nämlich... Regnen und wir. Wir auf der Peckfahren und uns noch einen Dreizack gebunden lassen. Weil was kostet besser zur Barentssee und zum Nordkap als ein schönes Dreizack. Und das machen wir uns jetzt auch. Wir wünschen uns euch viel Spaß. Tschüss, bis morgen. Bis morgen.